Wie viel kostet ein Bier? Wie viel kostet ein Bier? Ein Bier kostet 5 Franken 70. Wie viel kostet ein Orangensaft? Ein Orangensaft kostet 4 Franken 50. Ein Orangensaft kostet 4 Franken 50. Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Ja, gern. Nein, danke. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Ich habe keinen Durst. Ich nehme einen Kaffee. Ich nehme einen Kaffee. Nimmst du auch einen Kaffee? Nimmst du auch einen Kaffee? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ja, gern. Ich suche eine Hose. Nein, danke. Nein, danke. Ich schaue nur. Nein, danke. Ich schaue nur. Ich schaue nur. Passen dir die Schuhe? Passen dir die Schuhe? Ja, sie passen mir. Nein, sie passen mir nicht. Nein, sie passen mir nicht. Passt dir die Hose? Ja, sie passt mir. Ja, sie passt mir. Nein, sie passt mir nicht. Nein, sie passt mir nicht. Wo ist hier das WC? Wo ist hier das WC? Können Sie mir sagen, wo hier das WC ist? Können Sie mir sagen, wo hier das WC ist? Im Winter ist es kalt. Im Winter ist es kalt. Es gibt Schnee. Es gibt Schnee. Es gibt Schnee. Im Sommer ist es warm oder heiß. Im Sommer ist es warm oder heiß. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Im Herbst ist es kühl. Im Herbst ist es kühl. Es regnet. Es regnet oft. Im Frühling ist es kalt. Im Frühling ist es warm. Es ist oft sonnig. Es ist oft sonnig. Die Dusche ist im Badezimmer. Die Dusche ist im Badezimmer. Der Herd ist in der Küche. Der Herd ist in der Küche. Das Bett ist im Schlafzimmer. Das Bett ist im Schlafzimmer. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. 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 Gibt es einen Wohnzimmer? 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 Ja, es gibt einen Balkon. Nein, es gibt keinen Balkon. Nein, es gibt keinen Balkon. Mir gefällt der Kleideschrank. Mir gefällt der Kleideschrank. Er ist groß. Ich möchte ihn kaufen. Mir gefällt das Bett. Mir gefällt das Bett. Es ist bequem. Es ist bequem. Ich möchte es kaufen. Mir gefällt die Lampe. Mir gefällt die Lampe. Sie ist modern. Sie ist modern. Ich möchte sie kaufen. Ich möchte sie kaufen. Mir gefallen die Vorhänge. Mir gefallen die Vorhänge. Sie sind schön. Sie sind schön. Ich möchte sie kaufen. Ich muss die Wäsche waschen. Ich muss die Wäsche waschen. Du musst die Kleider bügeln. Er muss das Geschirr abwaschen. Er muss das Geschirr abwaschen. Wir müssen die Lebensmittel einkaufen. Wir müssen die Lebensmittel einkaufen. Ihr müsst den Müll rausbringen. Ihr müsst den Müll rausbringen. Sie müssen die Wohnung putzen. Sie müssen die Wohnung putzen. Können wir bezahlen, bitte? Können wir bezahlen, bitte? Ja, gern. Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? Ja, gern. Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? Getrennt, bitte. Wir bezahlen was? Ich bezahle das Stück Pizza, die Portion Pommes, die Tasse Kaffee und die Dose Cola. Und ich bezahle den Teller Pasta, den Becher Eis, das Glas Orangensaft und die Flasche Soda. Und ich bezahle den Teller Pasta, den Becher Eis, das Glas Orangensaft und die Flasche Soda. Er schält das Gemüse. Er schneidet das Gemüse. Er schneidet das Gemüse. Er schneidet das Gemüse. Er brät das Essen an. Er kocht eine Suppe. Er kocht eine Suppe. Er probiert die Suppe. Er probiert die Suppe. Ich mag Gemüse. Ich mag Gemüse. Ich esse gern Gemüse. Ich esse gern Gemüse. Ich mag Wein. Ich mag Wein. Ich trinke gern Wein. Ich trinke gern Wein. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Wo ist hier die Kasse? Wo ist hier die Kasse? Gehen Sie geradeaus und dann nach links. Gehen Sie geradeaus und dann nach links. Gehen Sie nach rechts und dann geradeaus. Gehen Sie nach rechts und dann geradeaus. Die Zitrone ist sauer. Die Zitrone ist sauer. Die Banane ist süß. Die Banane ist süß. Der Pfeffer ist scharf. Der Pfeffer ist scharf. Der Kaffee ist bitter. Der Kaffee ist bitter. Der Kaffee ist bitter. der Kaffee ist bitter. Gute Nacht. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! was ist Ihr Beruf? Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf ist Anwältin. Mein Beruf ist Anwältin. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Ja, ich habe einen Sohn. Ich mache Yoga. Ich mache Yoga. Ich spiele Gitarre. Ich höre gern Musik. Ich höre gern Musik. Ich schwimme gern. Ich schwimme gern. Siehst du oft fern? Siehst du oft fern? Ja, ich sehe oft fern. Nein, ich sehe selten fern. Nein, ich sehe selten fern. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Park. Vielen Dank.